Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Heute sind wir mal wieder bei NG Motorsports in Helpsen. Der Tim nimmt sich noch mal Zeit für uns heute. Eigentlich wollten wir euch ein geiles, großes Video über den Zylinderkopf von Marios VR6 Motor bringen. Praktisch haben wir dann doch entschlossen, dass diese ganze Zylinderkopf Thematik einfach so viel und so viel geile Technik ist, dass wir das lieber Schritt für Schritt aufziehen und somit euch jetzt hinterher ein Video bringen, wirklich von A bis Z, was wir an diesem VR6 Kopf alles machen. Wir fangen mal an. Tim stellt sich mal kurz vor. Sie kennen dich zwar schon, aber kennen dich noch nicht für diese Zylinderkopf Sache. Okay, ich bin der Geschäftsführer NG Motorsports. Das Unternehmen habe ich vor zwölf Jahren gegründet und vor sechs Jahren ist es jetzt mittlerweile her, ist die große CNC dazugekommen. Vorher habe ich alles noch per Hand gemacht, eine eigene Fließbank konstruiert, damals gebaut, auf der Fließbank die ersten Sachen getestet und vor knapp sechs Jahren dann den Schritt gemacht, den großen Fünfachser gekauft und dann darauf übergegangen, alle Kanäle nur noch CNC zu fräsen. Das heißt, was ist euer Kerngebiet? Die Kernkompetenz ist ganz klar Zylinderköpfe, alles was da da irgendwo mit zu tun hat, egal ob Ventilführung, Sitzringe. Ich finde es ja ganz gut, dass wir wirklich jeden Schritt einmal beleuchten. Nur unterhalb vom Kopf hört es halt auf. Also wir kriegen ganz oft Anfragen, was ist mit Motorblock und so weiter. Das machen wir ganz klar nicht. Dafür eben Zylinderköpfe, alles Sonderanfertigung, Einzelstücke, kleine Serien von kleinen Motorradköpfen bis hin zu Trackdoor Pulling in der Dimension, das komplette Spektrum. Also es gehen wirklich alle Arten von Köpfen. Es ist jetzt nicht so, dass es nur speziell das, das und das ein Modell gibt, sondern auch Köpfe, die ihr vorher noch nie gehabt habt, selbst die werden angenommen, auch gestaltet, optimiert und so weiter. Ich habe letzte Woche noch mal gerechnet, wir haben im Moment ungefähr 450 verschiedene Fräsprogramme und da wir irgendwann ja mal mit diesen VW und Audi Modellen gestartet sind, sind ganz viele Kunden, die auch hier mal herkommen und so sehen, was wir hier alles so haben, immer immens überrascht und denken, das macht ihr auch. Ja, machen wir auch. Geht es bei dieser Arbeit mehr um die Optimierung oder auch um Instandsetzung und so weiter? Wir machen auch Instandsetzungsfälle, das sind dann aber meistens sehr schwierige Geschichten, wo viel mit Laser geschweißt werden muss, wo es darum geht irgendwelche historischen Zylinderköpfe zu retten, einfach zu erhalten, weil man einfach gar kein neues Material mehr kriegt. Ansonsten so normale Instandsetzungsarbeiten machen wir nicht. Es geht wirklich darum, wirklich diesen Performance-Motorsport-Markt zu bedienen damit. Okay, das heißt, es wird jetzt um jede Menge Leistung gehen bzw. Optimierung für die Leistung. Welche Baugruppen müssen wir an so einem Kopf einmal abgehen, bis alles fertig ist? Was gehört alles dazu? Wir fangen ja hier vorne gleich mit der Demontage an. Das heißt, alles abwärts der Nockenwelle ab Stößel, die wir dann gleich auch noch mal kurz zumindest demontieren. Ventile bauen wir aus, sprich Federteller, Keile, Ventilfedern, Unterlegteller, die Ventile selbst und bei der Bearbeitung fassen wir halt den Kopf selber an, nehmen die Führungen raus, fertigen neue Führungen an bei uns hausintern, fertigen hierfür auch Sitzringe an bzw. bauen die ein, schneiden die Sitzringe und fräsen natürlich Kanalform. Okay, da kommen wir nämlich zum interessanten Punkt. Es wird nicht nur der Kopf hier intern gefräst, sondern Sitzringe, Führungen werden auch neu gemacht, anderes Material, besseres Material und halt auch wirklich, ich sage jetzt mal, nach Kundenwunsch spezifisch, so wie ihr das für richtig haltet. Genau. Okay, das wird auf jeden Fall jede Menge Input, wie ihr jetzt in den ersten drei Minuten schon gehört habt und genau deswegen haben wir uns entschieden, das ganze Stück für Stützung zu machen und wirklich auf jedes einzelne Teil so ein bisschen einzugehen, bevor wir jetzt auch schnell ein VR6-Kopf-Video liefern, wo die Hälfte einfach fehlen würde. Okay, wir nehmen uns ein VR6-Kopf. An dieser Stelle noch mal vielen Dank an die Jungs von Stahlwerks. Vielleicht habt ihr das Video gesehen. Wir blenden mal eine kleine Infokarte dazu ein. Ich hatte im Osten noch einen Reserve-Motor gefunden. Wir brauchten jetzt auf die Schnelle diesen Kopf und deswegen haben die Jungs den schnell abgebaut und mir zugeschickt. Vielen Dank und die Cola werden wir auch noch trinken. So, ich tue jetzt mal so, als wenn ich mit dem Zylinderkopf hier reinkommen würde. Und du tust so, als wenn es losgeht. Ich tue so, ja alles klar. Grundsätzlich das Erste, was wir machen, ist für den Zuschauer wahrscheinlich herzlich und spektakulär. Wir haben so ein paar Annahmeformulare, die so über die Jahre immer weiter verfeinert wurden. Da wird im Proben und Ganzen der Ist-Zustand beschrieben. Das heißt, in welchem Umfang liefert der Kunde an? Was ist alles dabei? Sind Nockenwellen dabei? Sind die Lagerdeckel darauf geschraubt? Jetzt sieht man es noch nicht wirklich, aber wie sehen die Lagerstellen selber aus? Das halten wir halt einfach schon mal im Eingangsformular fest. Und danach wechseln wir quasi auf die eigentliche Auftragskarte. Und das ist dann so ein bisschen wie das technische Datenblatt, beziehungsweise die Bearbeitungskarte, dokumentiert dann jeden einzelnen Schritt. Also hier trage ich alle Daten ein. Das Ding kriegt ja auch größere Ventile, andere Ventilsitzringe, unsere Bronzeführung etc. pp. Das kommt alles hier rein. Das fülle ich jetzt einmal kurz schnell aus. Damit das Ganze noch interessanter wird, würde ich sagen, wir gehen einmal ganz kurz darauf ein, was man aus dem Kopf rausholen kann, wenn es optimal läuft. Was bringt das Ganze? Warum bearbeitet man es? Und so weiter. In so ein paar Sätzen, wir werden natürlich Schritt für Schritt bei jedem einzelnen Teil darauf eingehen. Ihr habt eben gerade schon was von der Flowbench gehört. Das heißt, wir werden das Ganze auch durchmessen, was es wirklich am Ende gebracht hat. Ja. Aber in so ein paar Sätzen, welchen Vorteil hat der Kunde davon, wenn er dieses Programm hier machen lässt? Das ist eine coole Frage, weil für uns ist das ja Alltag und selbstverständlich. Also wir wissen ja, warum wir es tun. Beim Zylinderkopf ist es in der Regel so, dass das mit den engsten Querschnitt bildet für die Luft, ich sage mal, von Außenatmosphäre bis in den Brennraum später hinein, in den Zylinder. Und was wir versuchen wollen ist, wir wollen den Durchfluss vergrößern. Das heißt, wir wollen schlichtweg, dass wir mehr Luft in den Brennraum bekommen durch bessere, größere, optimierte Kanäle, damit wir mehr Kraftstoff einspritzen können, was dann später mehr Leistung generiert. Und dazu zählt halt sowohl der Kanal als auch der Sitzring. Und das Ventil. Und das Ventil, auch guter Punkt. Da gehen wir dann ganz am Ende darauf ein, wenn es an die Montage geht wahrscheinlich. Ja. Okay, cool. Gibt es Referenzen, was sowas bringt am Ende? Jetzt nicht unbedingt in PS. Das ist wahrscheinlich wieder extrem abhängig, ob Sauger, Touro und so weiter. Aber es bringt sowohl was für den Sauger als auch für die Touro. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Das ist ganz klar. Die Frage kriegen wir jeden Tag von einem Kunden gestellt, der natürlich, was ich verstehe, einen Bauteil anliefert. Egal, ob es ein VR6 ist, ein BMW oder ein Peugeot oder sonst was. Der will natürlich wissen, harte Fakten, wie viel Leistung generiere ich, nachdem wir bearbeitet haben. Aber es lässt sich nicht so einfach pauschal beantworten. Weil was wir wissen ist, wie viel mehr Luftdurchsatz der Kopf nach der Bearbeitung bringt. Wie viel der Motor aber da tatsächlich in harten PS draus macht, ist natürlich von der gesamten Peripherie abhängig. Was ist da für ein Saugrohr davor? Ist das gut? Ist das eine Restriktion? Wir haben schon richtig geile Köpfe gemacht. Die sind auf der Fließbank mit 30 Prozent plus, wie ich sagen würde, richtig durch die Decke gegangen. Der Kunde baut den ein und misst 4 PS Leistungsunterschied. Ist erstmal total geknickt. Ruft uns an, hey, was ist denn da los und so weiter. Und bis wir dann rausgefunden haben, dass der da ein Saugrohr vorhatte mit so einem engen Querschnitt, dass da nicht mehr durchging. Wir haben dann das Saugrohr noch bearbeitet und plötzlich ging das ganze Ding halt nach oben. Also, was erwartet uns am Ende ungefähr bei unserem VR6-Kopf? Zu Vollserie und zu alles gemacht? Ich gehe hier auch von guten 20 Prozent plus aus. Also den VR6 muss ich offengestehen, habe ich vor, ich glaube, 8, 9 Jahren das letzte Mal auf der Fließbank gehabt, als das Programm entstanden ist. Seitdem stehen die Programme. Wir haben seither immer weiter optimiert. Ich bin also selber ein bisschen gespannt, wie der aktuelle Datenstand dann später auf der Fließbank aussieht, auch hinsichtlich der Sitzringform und so weiter. Also, das ist für mich auch noch ein bisschen spannend. Okay, also nicht 20 Prozent Leistung, sondern 20 Prozent mehr Flow im Kopf. Muss natürlich alles andere dahinter auch noch zu passen, sonst nicht. Und du hast, fällt mir gerade ein, bin ich jetzt übergangen, und du hast auch gefragt, Turbosauger bzw. Turbokompressorsauger, die Bearbeitungsunterschiede bei diesen Köpfen sind durchaus vorhanden. Also man bearbeitet die durchaus auch in gewissen Details ein bisschen anders. Aber ein aufgeladener Motor profitiert natürlich genauso von einem verbesserten Zylinderkopf, wie das ein Sauger tut. Ja, klar. Okay, das heißt, Schritt 1 Annahme, Schritt 2 zerlegen. Ja. Schritt 3? Wir reinigen, erst ins Ultraschall, dann geht das Ding noch einmal in die Waschbox, wird noch einmal nachgewaschen, nachgespült. Und dann müssten wir bei dem, weil er große Ringe kriegt, erst mal die Sitzringe rausnehmen. Okay. Schritt 1 und 2, nicht ganz so interessant, deswegen bekommt ihr die jetzt im Zeitraffer. Das ist das, was wir sehen, was wir sehen, Ja, wir haben komplett zerlegt, ist alles raus. Ventile haben wir direkt weggeschmissen, die werden eh nicht mehr gebraucht. Dann ist das jetzt der Moment, wo wir uns das ganze Ding schnappen und einmal rüberbringen, erst im Ultraschallbad versenken und danach nochmal in die Waschbox tun. So ein VH6 Kopf sieht auf jeden Fall meistens immer so richtig rollig aus. Also der hat auf jeden Fall schon ein bisschen was gesehen in seinem Leben, wenn ich mir das angucke. Und das geht alles auch? Was immer ein Problem ist, Korrosion außen, was so durch Streusalz im Winter auf der Straße und so weiter. Das Schwierige oder die Herausforderung daran ist, dass Aluminium eigentlich ein schwieriges zu reinigen das Material ist, weil es ziemlich empfindlich ist. Wir brauchen also einen Reiniger, der einerseits so aggressiv ist, dass er innen drin diese ganzen Ablagerungen löst, aber nicht anfängt irgendwelche Lagerstellen oder sowas anzufressen. Und in der Regel reicht das nicht, um die Korrosion außen zu lösen. Das lässt sich nicht vereinbaren, weil wenn ich dann Reiniger nehme, das gibt es natürlich, dann frisst mir der später innen drin auch alles kaputt. Ist halt alles gereinigt in dem Moment. Das heißt, wie geht ihr beim Reinigen vor? Sind das mehrere Schritte? Das sind zwei Schritte. Erst ins Ultraschall, da ist eine Stunde drin. Vielleicht noch einmal kurz den Zuschauern erklären, was bedeutet Ultraschall? Jeder hat es schon mal gehört. Keiner kann sich was so davor vorstellen. Ein Ultraschallreinigungsgerät hat ganz einfach, da sind wieder so Fragen, ganz einfach Lautsprecher, nenne ich das jetzt mal, an der Beckenwand montiert, außerhalb des Beckens, der die Reinigungsflüssigkeit in Schwingungen versetzt. Das sind mikrokleine Schwingungen, die sich dann auf die ganzen Schmutzpartikel übertragen. Das heißt, erst wird es angelöst durch die Flüssigkeit, fängt dann durch die Schwingung an sich zu bewegen und ich sage mal schwimmt dann mehr oder weniger vom Bauteil ab. Okay, ich glaube, das war ziemlich perfekt in einem Satz erklärt. Wie geht es dann weiter? Danach, weil das Ultraschallbecken, das hat bei uns 80 Liter Volumen, steht immer so für ein, zwei Wochen, bevor wir es neu machen. Das heißt, wir lösen den ganzen Dreck an und packen es danach in eine frische Waschbox und dann wird der Dreck richtig abgewaschen nochmal mit ganz vielen Reinigungsdüsen, einfach ein Standardindustrie Waschgerät. Und danach ist er wieder frisch und es kann direkt losgehen. Danach geht es los mit Sitzringe raus. Ich bin gespannt, wie er gleich aussieht. Also ich muss auf jeden Fall sagen, der Kopf sieht auf jeden Fall schon mal deutlich besser aus. Das ist schon ein Unterschied. Klar, so ein VH6 Kopf, man sieht ihm immer die Jahre an. Man darf auch nicht vergessen, die Köpfe sind mittlerweile alle 20 Jahre alt. Ist ja auch ein bisschen Zeit, die da schon ins Land vergangen ist. Und VH6 ja auch ganz oft Motoren, die drei, 400.000 Kilometer haben. So, im nächsten Step, jetzt nehmen wir die Ringe raus. Das machen wir auf der Maschine hier, die eigentlich hauptsächlich sonst so für Sitzringkonturen, also zum richtig Sitzringschneiden auch gedacht ist. Ich würde sagen, wir zeigen den Leuten erstmal kurz, was überhaupt ein Sitzring ist. Und du erklärst einfach mal kurz, wofür dieser Ring da drin ist. Gute Idee. Ich habe jetzt natürlich kein Ventil zur Hand. Macht nix. Unten drin, guck mal, ob du das auch reinkriegst, man kriegt die Ventilführung wahrscheinlich ganz gut mit drauf. Also unten drin steckt dieses Bronzefarbene, das ist die Ventilführung, von der wir die ganze Zeit sprechen. Darin gleitet das Ventil auf und ab und schließt dann im Ventilsitzring, das heißt über diesen Dichtwinkel hier, das sind 45 Grad Winkel, darin setzt sich das Ventil ab und schließt quasi in dem Moment, wo die Verbrennung stattfindet, schließt den Verbrennungsraum ab. An der Stelle auf jeden Fall schon mal sehr schön zu sehen, Auslassventil, Dichtfläche deutlich breiter als Einlassventil, weil einfach wärmer, muss mehr Wärme übertragen. Prinzipiell hat der Sitzring aber schon auch die Aufgabe, wenn die Ventile geschlossen sind, die Wärme auf den Kopf zu übertragen von der Verbrennung. Ja, man sagt so grob 70 Prozent. 70 Prozent der Wärme vom Ventil wird über den Sitzring übertragen und die restlichen 30 Prozent grob über die Ventilführung. Alu-Kopf würde wahrscheinlich auch gar nicht gehen, das Ventil im Alu laufen zu lassen. Auf keinen Fall. Das würde nach kürzester Zeit wahrscheinlich verschlissen sein. Ja. Das heißt, da ist jetzt, was ist das? Ist das so ein Stahl? Das ist ein Sinterstahl mit einer ziemlich hohen Härte, um einfach die Verschleißfestigkeit zu gewährleisten über die Jahre. Und warum wollen wir jetzt diesen Ring hier raushaben? Wir sind gezwungen, den rauszunehmen. Einlassseite könnte man wahrscheinlich auch mit viel Leistung weiterfahren, Auslassseite allein von der Legierung her nicht. Wir müssen aber beide Seiten neu und groß machen, weil das Einlassventil hat ja dann 41 mm Durchmesser. Serienmäßig sitzt hier nur 39 drin. Das heißt, dieser Stahleinsatz, den man sieht, der ist vom Werk aus auch nur auf 39 mm Durchmesser ausgelegt. Man kann also kein größeres Ventil reinsetzen, weil es sonst hier außen im Aluminium dichten würde. Okay, also wir haben zwei Punkte, warum wir den jetzt rausnehmen. A wegen den größeren Ventilen, das heißt, es kommt auch logischerweise ein größerer Sitz rein und zusätzlich halt einfach, weil die Legierung besser ist. Genau. Okay. Ja, dann... Ich fange an, das einzurichten und dann kann ich gleich noch... Eine Frage noch. Viele werden sich jetzt bestimmt fragen, wie hält dieser Ring dazu Sekunde überhaupt eigentlich drin? Dass der nicht einfach ausfällt, weil man darf ja nicht vergessen, ich sage jetzt mal 5000 in Drehung Minute. Das heißt, dieses Ventil geht 5000 durch 2, 2500 Mal die Minute auf und zu, dass der nicht einfach plopp im Brennraum liegt. Der wird eingeschrumpft, also mit Stickstoff eingefroren, Kopf entweder Raumtemperatur oder leicht erwärmt und dann wird der eingesetzt mit einem spezifischen Pressmaß. Okay. Könnte man diese Sitzringe auch irgendwie, ich sage jetzt mal wieder den Kopf erwärmen, Sitzring kühlen, dass die einfach rausfallen? Das Einzige, was man machen kann oder wirklich probieren kann, ist, dass man in den Ringen aufschweißt oder eine Scheibe einschweißt. In dem Moment zieht der Ring sich zusammen und man kann ihn meistens rausziehen. Das ist aber eigentlich überhaupt nicht zu empfehlen. Wir haben das vor 10.000 Jahren mal ausprobiert, weil wir gedacht haben, damit wäre man schneller. Aber durch die ganze Hitze und so ist das keine Option, kann man nicht machen. Also die einzige Möglichkeit ist wirklich nur den Ring komplett zu zersparen, rauszusparen. Oder wir haben für manche Köpfe Programme für die CNC, die den Ring quasi bricht, indem sie mit einem kleinen Fräser hinten den Ring einfach mal durchtrennt, die Spannung rausnimmt und dann kann man den Ring rausnehmen. Also die beiden Optionen, bin ich der Meinung, sind die einzigen, die man praktizieren kann. Dieser ganze Kopf hier oben, man hört das wahrscheinlich auch zischen, der schwimmt auf so einem Luftpolster. In dem Moment, wo ich hier unten einen Fußtaster betätige, schwimmt dieser ganze Maschinenkopf auf. Jetzt kann ich den auf diesen Piloten einfädeln und jetzt schwimmt der quasi in dem Luftpolster, zentriert sich perfekt und jetzt gehe ich einfach nur unten vom Fußtaster runter. So und jetzt ist das alles bombenfest und wir sind genau in der Flucht. Das heißt, wenn euch einer einen Kopf anliefert, wo die Führung schon raus ist, habt ihr ein Problem? Wenn die Ringe raus müssen, haben wir ein Problem. Dann ist es für uns mehr Aufwand, weil da müssen wir erst wieder Führung einsetzen oder wie ich eben gesagt habe, wir machen es über die CNC, dass man sagt, pass auf, dann schreiben wir da gerade ein Programm und brechen die Ringe oder knacken die Ringe auf, indem wir da einmal kurz runterfräsen. Ja, jetzt können das theoretisch mit Ring 1 schon losgehen. Ausgerichtet ist alles, Messer ist drin, eingestellt, fest. Schneiden wir den mal raus. Hat man es kurz einmal knacken gehört, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera später mitkriegt, das war quasi der Moment, wo der Ring wirklich sich gelöst hat. Jetzt kann man den letzten Überbleibsel nimmt man einfach raus, weil da ist unten so ein Radius dran zum Einsetzen und das ist das, was dann letzten Endes übrig bleibt und so eine vorbereitete Bohrung. Die Bohrung ist jetzt aber größer als der alte Ring schon, ne? Ihr habt jetzt gerade größer. Genau, ich habe auch nur per Augenmaß, hat man eben gesehen, per Augenmaß grob eingestellt, weil wir ja zwei Millimeter größer werden, kann ich die Tasche ruhig drei Zehntel jetzt größer spindeln oder wie auch immer nach Augenmaß, weil jetzt noch genug Fleisch dafür ist, weil der Ring einfach zwei Millimeter übermaß kriegt. Das heißt, bevor die neuen eingesetzt werden, wird das Ganze dann aber nochmal auf Maß gebracht? Die Taschen, das ist jetzt rein eine Vorbereitung fürs Fräsen, dass uns der Ring beim Fräsen nicht im Weg steht. Wir fräsen ja mit einem Aluminiumfräser so viel größer, wenn in dem Moment der Ring noch stehen würde, würde ich mit meinem Alufräser in den Stahlring reinfahren und dann ist das Werkzeug einfach hin. Okay, das heißt, ich vermute mal, du machst jetzt die restlichen elf Ringe noch und dann können wir wahrscheinlich die Führung raus machen, weil dann brauchen wir sie nicht mehr. Genau, richtig. Okay, viel Spaß. Ja, nachdem wir die Ventilsitzringe jetzt alle ausgespendelt haben, können wir den Kopf jetzt nehmen und drüben die Führung auspressen. So, Führung raus machen, klang gerade so aufwendig, sieht aber eigentlich einfach nur nach einer Presse aus, ne? Ist einfach nur eine Presse. Okay. Das heißt, einfach mit Druck Führung rausdrücken, fertig. Ja, die VR6 sind recht unkompliziert, lassen sich ganz einfach lösen. Es gibt viele andere Köpfe, da ist das komplizierter, da braucht man auch ein paar Tricks. Bei dem ist es einfach. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass, das seht ihr in einem späteren Video, ihr ja die Führung in-house selber herstellt und somit, selbst wenn hierbei irgendwas, ich sag jetzt mal, ein bisschen klemmt, reibt oder beschädigt wird, ihr eh eine eigene Übermaßführung herstellen könnt, die dann individuell genau darauf eingesetzt wird. Genau, es kann halt sein, dass beim Entfernen der Führung die Grundbohrungen davon beschädigt werden und dann braucht man halt eine Übermaßführung. Okay. Das war's für heute mit Teil 1. Tim drückt jetzt noch die ganzen Führung raus und dann geht's im nächsten Teil weiter an der Fräse. Ciao. Bis zum nächsten Mal.